Es gibt weltweit über 130.000 aktive Fonds und ETFs, aber es streiten sich eigentlich nur zwei um den Titel Bester Fonds der Welt. Für euch Hype-Performer ist jetzt klar, von welchen ich rede. Dirk Müllers Premium Aktienfonds und Frank Thelens 10x DNA Disruption Technologies Fonds. Über Dirk die Absicherung Müller habe ich schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr in der Infocard. Heute ist also Frank Thelen dran. Wir schauen uns an, ob sein Fonds wirklich die 10x DNA hat, warum er gar keine Spekulationen macht und warum sein Fonds schon bald nicht mehr existieren könnte. Fangen wir an. Le-go. Eins vorweg. Das Video dreht sich nicht darum, wie gut oder schlecht Frank Thelen als Person ist. Schmutz. Scheiß drauf. Wir beschäftigen uns hier mehr oder minder sachlich mit dem Fonds und den dazu getroffenen Aussagen. Aber wo fangen wir an? Der 10x DNA Disruption Technologies Fonds wurde am 01.09.2021 aufgelegt. Laut Aussage des Fonds bietet der Fonds Investoren ein aktiv gesteuertes Portfolio der aussichtreichsten Technologieunternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial basierend auf unserem tiefgehenden Investmentansatz. Klingt ja erstmal gut. Den Investmentansatz beleuchten wir gleich und warum er sich mit den Aussagen von Frank beißt. Weiter sagt der Fonds. Wir glauben, die besten Renditen werden durch ein konzentriertes Portfolio erzielt. Okay. Let's go. Man sieht an dem Satz schon erste Probleme bei dem Fonds. Konzentrierte Portfolios werfen natürlich die beste Rendite ab, vorausgesetzt man hat das richtige Unternehmen im Portfolio. Je größer die Diversifikation, desto kleiner wird die Volatilität und damit auch die möglichen Renditeausbrüche. Kleines Beispiel, wenn du seit dem IPO von Tesla die Aktie im Depot gehalten hast, also sehr sehr konzentriert warst auf Tesla, dann hast du eine sehr geniale Rendite. Wenn du ein ETF genommen hättest, wo Tesla irgendwann auch drin war, hättest du die Rendite für die Einzelposition auch gemacht. Hättest sie aber gewichtet teilen müssen mit all den anderen Positionen des ETFs. Wenn du dein Depot aber mit Wirecard ausgestattet hättest, wäre es auch konzentriert und du hättest alles verloren. Heißt, du hast ein höheres Risiko, weil du die richtige Aktie treffen musst. Und wie sieht es da beim 10xDNA-Fonds aus? Auf der Website wird ja auch von der besten Rendite gesprochen. Eigentlich ist es unfair, einen Fonds, der eine mittlere bis langfristige Strategie verfolgt, auf ein Jahr zu reduzieren. Zum Spaß machen wir es aber trotzdem mal. Der Fonds hat seit seinem Auflegen 45% seines Wertes verloren und liegt damit nur knapp über seinem Allzeittief von 12,51 Euro. Rendite hat der Fonds also schon mal. Zumindest eine negative. Vergleichen wir den Fonds mal mit ein paar anderen Fonds und Indizes. Mit dem Nasdaq, dem MSCI World oder Dirk Müllers Premium-Fonds. Das sagt mehr als 1000 Worte. Was aber erstaunlich ist, dass im Vergleich zu Franks Fonds der Fonds von Dirk Müller beinahe als Premium durchgehen würde. Der Fonds ist ein klassischer Fall von Marketing besser als das Produkt. Bei dem Fonds wird häufig davon gesprochen, dass Unternehmen gekauft werden, nicht Aktien. Weisheiten à la Ron Buffett. Das stimmt. Am öffentlich gelisteten Kapitalmarkt und nicht als Venture Capital. Es wird davon gesprochen, das vorhandene Wissen aus der Start-up-Welt auf den Kapitalmarkt anzuwenden. Welches vorhandene Wissen überhaupt? Drei von vier Investitionen von Frank Thelen bei der Höhle der Löwen sind laut Manager-Magazin pleite gegangen. Und auch die Analogie, das Wissen aus dem Venture Capital am Kapitalmarkt einzusetzen, wirft große Fragen auf. So einfach lassen sich die beiden Märkte nämlich nicht vergleichen. Die gezeichneten Kapitalmärkte sind reguliert und transparent. Äh, was? Genau das Gegenteil ist VC. Hier gilt die Vertragsfreiheit, sprich die Vorgaben sind nicht reguliert. Und die Transparenz ist auch nicht vorhanden. Der VC-Markt ist nämlich um Informationsasymmetrien gebaut. Nicht jeder Marktteilnehmer hat dort alle Informationen, die er benötigt, um die Investitionen richtig zu bewerten. Und so entsteht ein Vorteil für diejenigen, die diese Informationen beschaffen können oder bereits halten. Frank Thelen stemmt sich jetzt gegen diesen Berg namens Kapitalmarkt und wird eine Informationsasymmetrie erzeugen mit Experten, die sich mit den Kerntechnologien beschäftigen und diese bewerten sollen. Der Fonds hat ein Volumen von 70 Millionen Euro. Man könnte sich gut vorstellen, dass Wissenschaftler, die all diese Technologien in den Unternehmen durchleuchten wollen, auch was kosten. Wer bezahlt die? Immerhin müssen mindestens 29 Unternehmen analysiert werden. Und das so tief, dass die Fonds bessere Informationen haben als alle anderen Marktteilnehmer. Mit 70 Millionen Euro Fondsvolumen liegt die Verwaltungsgebühr bei 1,2 Millionen Euro im Jahr. Teilt man das nun durch die investierten Unternehmen, kommt man auf 45.000 Euro pro Unternehmen pro Jahr. Sehr wenig, um damit Informationsasymmetrien zu finden. Und ich hab mal nicht mit eingerechnet, dass man ja mehr als diese 29 Unternehmen analysieren muss oder auch andere Verwaltungskosten hat. Beilagen? 26.000 Dollar für Beilagen? Mit so wenig Geld kann man den Fonds eigentlich wohl langfristig nicht aufrechthalten. Das große Problem des Fonds ist aber wohl die Überheblichkeit und Kommunikation. Einige Aussagen des Fonds haben einen Unterton von Wir wissen mehr als der Markt und deshalb machen wir die bessere Rendite. Ist ja auch deren angebliche Strategie. Das ist ein großer Fehler. Wissen ist nicht gleich Rendite. Schöner Beleg dafür ist der Long-Term Capital Management Hedgefonds. Direktoren waren Wirtschafts-Nobelpreisträger und der Fonds ging innerhalb von 6 Jahren pleite. Mein Lieblingspunkt dieser Kritik ist aber die Aussage Wir machen gar keine Spekulationen. Wie würdest du es beschreiben? Wenn man auf die gute Zukunft eines Unternehmens aufgrund von möglichen Technologien wettet und sich nicht an vergangenen positiven Renditeergebnissen orientiert, sondern an potenziellen Gewinnen, die es eventuell irgendwann mal geben könnte, vorausgesetzt die Technologien sind nicht überholt, bevor sie überhaupt rauskommen. Zuletzt noch die Renditeversprechungen. Verdreifachend in 4-8 Jahren hört sich für mich eher nach Werbung für einen neuen Shiba Inocoin an, als nach einem seriösen Renditeziel für einen Hobbyfonds. Zusammenfassend meine ich, hat der Fonds besonders eins, ein gutes Marketingkonzept. Aber mit einem so kleinen Budget ist es nicht möglich, alle Technologien ausreichend zu verstehen, um die besten Entscheidungen zu treffen. Außerdem werden Hypes hinterhergelaufen, die schon seit Jahren existieren. Das war's mit dem Video. Was haltet ihr von Frank Thelen und seinem Fonds? Schreibt's in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert auch gerne meinen Kanal. Hier rechts geht's zu meinem letzten Video und bis nächste Woche.